Ja, hallo liebe FSV-Anhänger, heute habt ihr das zweite Mal die Chance, Karten für den Zoll zu gewinnen, unserem Partner vom FSV. Die Karte ist gültig für sechs Personen, also das ideale Geschenk für die Familie beispielsweise. Besonders für die Kinder, die werden sich sicher freuen. Ich selber war auch schon zweimal da und ja, ich drücke euch die Daumen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017